hallo sehr herzlich willkommen zum neuesten video hier auf dem kanal und heute geht es rasant dahin denn wir haben wir ein echtzeitspiel in echtzeitspiel für kinder könnte man meinen aber ich würde eigentlich sogar sagen er noch für erwachsene was auch die erwachsenen auch herausfordern kann die rede ist von einem neuen dingen welches bei hochspiele erschienen ist nämlich goblin coaster und ja wir sind goblins die eine achterbahn eröffnen beziehungsweise der bürgermeister macht das doof ist bloß die achterbahn ist noch nicht fertig sondern sie hat gerade erst begonnen und unsere aufgabe ist es die achterbahn so zu bauen dass sie halt wieder zum start zurückführt bevor die sanduhr welche die achterbahn also die lore dann repräsentiert an den aktuellen endpunkt kommt logischerweise weil sonst fliegt sie halt ins nichts dass das spiel also eine echtzeit komponente hier mit drinne schienbauelemente und vor allem kann ich schon sagen eine struktur von fünf level in dem ihr nach und nach die spielregeln lernt in diesem video zeige ich euch die regeln des spiels das heißt ich erkläre euch wie das anfängt dabei bleibe ich eigentlich spoiler frei es ist auch keine geschichte dahinter aber ich zeige euch nicht jedes einzelne level sondern ich zeige einfach mal ein bisschen das spielmaterial und wie das erste level aufgebaut wird und wie dann der spielablauf ist den rest sollte dann selber entdecken wie das funktioniert ich werde es nur ganz kurz mit erwähnen einem anderen video werde ich dann wie es kennt von mir eine review machen also auf die stärken und schwächen eingehen gut genug davon geredet ja ist noch ein rezensionsexemplar gewesen von von hochspielern das sage ich euch auch noch im sinne der transparenz und jetzt kommen loslegen viel spaß beim video ja bevor wir in den spielaufbau und das spielmaterial reingehen habe ich ja schon erwähnt das ist ein spiel was über verschiedene level funktioniert und deshalb zeige ich mal die anleitung hier vorne habt ihr einen kurzen text und ich war am anfang echt schockiert oh gott was wie viele level sind denn das aber hier sind verschiedene sprachen drin also keine angst kurze einleitung humorvoll in das spiel dann das ziel des spiels hier dann der generelle spielaufbau über den wir gleich reden werden natürlich was ein spielmaterial gibt so wie das auszusehen hat auch schon gemacht und dann das ist level 1 das ist level 2 level 3 level 4 level 5 und hier endet der spaß dann halt auch schon und das meine ich gar nicht negativ also ganz bewusst hier habt ihr dann das ganze spiel gelernt also in den verschiedenen stufen also das ist wirklich gut gemacht mit beispielen und nach und nach lernte das spiel und wir gucken uns jetzt level 1 an und was ihr dafür halt benötigt vom spiel ziel her sind wir halt goblins in einer höhle wo der bürgermeister gerade die achterbahn eröffnet hat dabei ist die strecke aber noch gar nicht fertig und wir müssen jetzt natürlich schaffen die strecke fertig zu bauen bevor ja die gäste halt ins nichts weil dazu legen wir hier dieses ja plättchen karte kann man sagen in die mitte das wo dieser schatz abgebildet ist können wir erstmal zur seite legen das wird für einen späteren spielmodus benötigt und dann unabhängig von der seite legt ihr das teil hier an hier geht es also los unser ziel ist es einen loop zu bauen der keine bestimmte länge haben muss zumindest nicht im grundlevel und ihr dann hier irgendwo mit dem endstück welches zum beispiel so aussehen kann das ding berührt das würde auch schon reichen das müssen wir also hinbekommen und das zumindest in level 1 es gibt hier diese gegenstände es gibt hindernisse für später und es gibt ja so bestimmte tools von wegen ihr dürft nicht reden oder ihr müsst irgendeinen anderen quatsch machen der tatsächlich auch sehr witzig ist das kommt erstmal alles zur seite brauchen wir nicht die gegenstände kommen auch später rein zu denen sage ich vielleicht nachher noch mal ein wort die hindernisse brauchen wir auch nicht wir brauchen also nur diese ganzen schienenteils ich packe mal ein so ein endstück hier raus und die packen wir in den großen wirklich sehr großen mitgelieferten beutel packen die hier schön rein und mit diesen beutel und diesen teils werden wir jetzt arbeiten jetzt müssen wir uns noch darauf einigen mit was für einer sanduhr wir spielen wollen denn ich habe ja schon erwähnt das spiel läuft in echtzeit wir haben die variante mit 30 sekunden wir laufen lassen sie erstmal ablaufen und mit 40 sekunden hier der hinweis bei mir ist hier was abgebrochen ich habe das aber nicht in der box gefunden ist natürlich nicht schön also wenn ihr jetzt das ding neuwertig kauft ich habe es als rätselexemplar gehabt dann wollt ihr es natürlich heiler haben und ich gehe davon aus dass es normalerweise heil ist hier bei mir war es aber abgebrochen das spiel funktioniert aber trotzdem ja was ist jetzt der unterschied die orange sanduhr ist ein bisschen schwerer denn die läuft nur 30 sekunden und die läuft 40 sekunden beim ersten spiel würde ich euch empfehlen nehmt die sanduhr mit den 40 sekunden damit ihr das spiel halt erstmal vernünftig lernen können so und dann können wir gleich loslegen aber zu spielbeginn zieht jeder spieler hier aus dem beutel halt erstmal ein paar teils raus und das ist abhängig davon mit wie viel spielern ihr das spiel spielt das heißt hier reingucken in die anleitung und sagen wir jetzt mal wir spielen das spiel zu zweit dann startet jeder spieler mit zwei teils bei drei personen mit drei bei vier bis sechs spieler mit zwei teils also rausziehen und ihr dürft auch ganz bewusst gerade das spiel sagt es auch die hand mal länger drin halten denn später wird es auch relevant sein so ein bisschen nach den formen zu suchen da das spiel ja in echtzeit funktioniert habt ihr ja schon ein interesse euch daran zu beeilen also zu lange wollt ihr dort auch nicht reingucken also jetzt hier für zwei spieler wäre das unser start und dann kann das spiel im grunde genommen losgehen startspieler ist derjenige der zuletzt von euch in einem bergwerk war was sehr spezielles ich finde ja und der spieler fängt dann an indem er die sanduhr umdreht und nun laufen lassen so jetzt seht ihr das natürlich von oben nicht so gut aber ich denke habt alle schon mal eine sanduhr laufen sehen wichtig ist in dem spiel diese sanduhr bewegt sich über diese felder und sollte die sanduhr irgendwann hier weitergelegt werden müssen und ihr habt nicht den loop beendet mit dem endstück wie dem hier zum beispiel dann habt ihr das spiel verloren also recht einfache niederlagenbedingungen die andere niederlagenbedingung ist wenn die sanduhr irgendwann im spiel abgelaufen sein sollte weil ihr vergessen habt sie wieder umzudrehen habt ihr auch das spiel verloren das ist so ein bisschen dieser kites faktor wenn ihr das kartenspiel auch kennt so das heißt ihr legt das hier drauf und bevor das abgelaufen ist darf jeder spieler jederzeit also nicht nur der spieler der gerade dran ist die sandu umdrehen muss sie dann aber ein feld nach vorne bewegen im grundspiel also am ersten level ist das noch recht simpel weil ihr noch keine bedingungen habt aber ihr seht es hier sind teilweise auch symbole mit drauf und da kommen dann halt später die gegenstände das heißt wenn wir jetzt zum beispiel hier dieses teil hätten dann dürfte man erst die sanduhr da auf dieses feld legen wenn ihr das hier mit hingelegt habt also dieses teil also zu sagen diese dieses hindernis weggeräumt habt hier werden uns beispielsweise eine sanduhr drauf was bedeuten würde ihr müsst sofort wenn ihr das teil liegt die sanduhr nach vorne räumen und jetzt wäre so fast abgelaufen ihr seht es ja nicht ist es nur und dann schiebt er sie halt nach vorne okay so also so läuft das im kern dann später ab jetzt am anfang ist das noch recht einfach also immer die sanduhr im blick behalten finde ich aber ganz charmant dass es nicht nur der spieler machen darf der gerade dran ist mit der aktion apropos dran ist mit aktion das weiß ich gar nicht glaube ich habe dem spieler hier etwas falsches gegeben ich habe das teil angelegt so was also wenn ihr dran sei das erste was ihr machen müsst ist etwas aus dem beutel ziehen sagen wir mal der linke spieler ist dran so holt ein teil aus dem beutel raus und jetzt müsst ihr euch entscheiden entweder ihr legt eines eurer teils an oder ihr legt eines eurer teils zurück in den beutel eure entscheidung das ist jetzt die entscheidung die ihr treffen müsst also anlegen oder eins zurück in den beutel packen beim anlegen gibt es nicht so viele dinge zu beachten ihr müsst beachten dass sozusagen die schienen gleichmäßig weitergeführt werden das heißt die farben müssen beachtet werden das seht ihr hier mit den schienen dabei gibt es eigentlich im kern nur zwei systeme manchmal haben wir hier diese kreuze die sich bilden können also diese kreuze könnten wir jetzt in dem moment hier nicht anlegen wie gesagt unser ziel ist es ja hier hinten zu dem endpunkt zu kommen und dabei könnt ihr die teils auch gerne umdrehen also wir könnten dieses teil müssen wir nicht so hin rum anlegen ja wir könnten auch sagen wir legen es in die richtung hier müsst ihr gucken manchmal passen die nicht so gut da ist es dann sinnvoller das teil hochzunehmen und von unten durchzudrücken was in unserem fall jetzt nicht passt weil bei uns passt es ja jetzt mit dem teil aber manchmal ist es so dass ein bisschen hakt dann ja seid so mutig das ding mal hochzunehmen weil sonst habt ihr hier das problem dass ein bisschen hakelig ist ist aber im grunde genommen funktioniert das eigentlich schon ganz gut und ihr seht auch eine schöne qualität ich wollte es erst so von der seite aufnehmen aber tatsächlich reflektiert das extrem weil die teils hier sind schon schön bedruckt ja also das ist im grunde genommen das was ihr berücksichtigen müsst also ihr müsst immer aus dem beutel ziehen dann müsst ihr eines eurer teils anlegen oder halt eins ablegen also das heißt zurück in den beutel geben und wenn ihr das gemacht habt dann gebt ihr den beutel an den nächsten spieler im uhrzeigersinn weiter also total einfacher spielzug und gerade am anfang relativ simpel weil ihr müsst ja nur die rute bauen aber nehmen wir jetzt mal an wir wären jetzt hier mit dran gewesen der hätte das gebaut hier haben wir jetzt ein kreuz das heißt der nächste spieler ist dran aktuell hat er nichts was er wirklich weiterführen könnte ja er könnte das ende anlegen bringt ihn aber nichts hätte er es also gezogen würde er das ding wieder reinpacken und an den nächsten spieler geben dabei gucken wir natürlich die ganze zeit auf die sanduhr und wenn sie kurz vorm ablaufen ist zack bewegen wir sie schnell weiter und so haben wir dann halt ein gewisses druckmoment im spiel spieler zieht teil wieder nur mit x pech ja gut dann geht das mit rein und der nächste spieler ist dran also ihr seht das spiel ist recht simpel in seiner grundauslegung wie gesagt später kommen dann die gegenstände mit rein dass ihr zb die routen erst mal freilegen müsst gegebenenfalls mit den sanduhr und das wird dann noch mal später dass er die sanduhr noch weiter rücken muss dann gibt es bestimmte hindernisse die er zufällig auf dem tisch verteilt die umfahren werden müssen wie er das macht könnt ihr dann auch noch mal definiert bevor ihr dann zurück kommt deshalb könntet ihr also nicht gleich direkt eine eine route zurück bauen oder es gibt auch noch die möglichkeit zu sagen man muss zu einem schatz bauen und muss dorthin sich wählen und ganz später wird es besonders spannend nämlich dann kommen diese teils auch noch mit rein die ja die gleiche form haben wie die gegenstände ach ja die kommen übrigens alle auch in den beutel dann nachher das heißt da wird es dann relevant also wenn ich dann so ein teil haben möchte werde ich das schon fühlen aber dann ziehe ich halt so ein ding gibt zum beispiel ein dass ich mir also der wird drei teils also drei felder im voraus dann gelegt also wenn wir jetzt hier die sanduhr netten würden wir es dann hier hinlegen und bis dahin muss jeder spieler der dran ist eine hand auf den kopf legen ja oder bestimmte teils können so lange nicht gespielt werden also die pfeile geben immer an wenn ihr das ding zieht wo der hingelegt werden müssen also wie weit vor eure strecke oder halt maximal wenn es nur noch ein feld ist oder so und so lange sind die dinger dann aktiv ja die machen das dann noch mal ganz schön haarig und natürlich auch sehr witzig wenn dann die leute da stehen und sich die hand auf den kopf halten oder nicht reden dürfen oder was auch immer und versuchen irgendwie zu kommunizieren und verlautbaren bitte bitte dreht doch mal die sanduhr um ne genau das ist alles was ihr eigentlich zu goblin coaster wissen müsst wie gesagt fünf level sind drin mit starker schwierigkeit nach den fünf level kennt ihr das ganze spiel und könnt es dann als freies spiel die ganze zeit spielen szenarien missionen oder sowas ähnliches haben wir hier nicht das war alles zum spiel eine review wird auch bald dazu folgen ich wünsche euch eine schöne zeit bleibt gesund bis zum nächsten mal ciao